Hallo miteinander und willkommen zu einem neuen Workout Video. Heute gibt es etwas Spezielles mal wieder. Ich habe das mal ein Tube dabei. Das ist für alle, die es nicht kennen, etwas ähnliches wie ein TheraBand. Es hat auch diesen Effekt. Es hat einfach noch Griff dran. Es gibt verschiedene Variationen. Das können wir auch im Athletikum oder sonst in den Sportgeschäften. Das gibt es wirklich an vielen Orten. Wir machen heute auch wieder ein HIIT-Training. Das heisst, wir machen 40 Sekunden Pause. Äh, nein, andersrum. 40 Sekunden Workout, 20 Minuten Pause. Heilige! 40 Sekunden Workout, 20 Sekunden Pause. Jetzt haben wir es. Und wir starten gerade. Alles, was ihr braucht, ist wie gesagt ein Tube. Oder wenn ihr es habt, könnt ihr auch ein Keraband nehmen. Es muss einfach irgendetwas sein, das etwas Druck dagegen gibt. Das etwas elastisch ist. Und wir machen das ganze Körper Workout. Und wir fangen gerade jetzt an. Es geht los mit der ersten Übung. Und zwar stehen wir auf das Tube. Siehst du sowas. Siehst du sowas. Eins. Über die Haut. Und wir kommen mit den Erlern nach hinten. Nähe am Körper. Sieht von vorne so aus. Und von der Seite so. So. Ja. Wenn es zu einfach ist, nehmen wir die Beine etwas weiter auseinander. Dass es etwas mehr Zug gibt. So. 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 Oh, das ist ja so. So. Dann ist sie ganz schön. So. Und dann beenden. So. 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 So, 19. Setz. Was einfach ist, aber was Tuch höher geworden ist. 2, 1, Erholungsphase. Die nächste Übung bleiben wir hier unten. Und zwar gehen wir in die Brücke. Wir nehmen das eine Bein nach, das andere in die Luft, und wir stossen. Gegen das Band stossen. Wenn es zu einfach ist, hält das Tube noch weiter oben. 2, 1, Erholungsphase. Gut, wir gehen nach hinten lassen. Gut schrauben. 2, 1, noch 17, 6. Und wir füllen, Gerne, hintere Teil. Und füllen. 3, 2, Füllen. Füllen, wir fassen uns auf eine Chance. 2, 1, Erwohlsphase. So, die Nächste sind die Reis der Züge, für das legen wir den einen Teil nach oben, auf den anderen Teil stehen wir, den Ellbogen neben das Ohr, und wir kommen hier zurück. 2, 1, noch 16, 6. Ein bisschen Widerstand halten, den Schritt machen und gut. Der Ellbogen bleibt hier, der bewegt sich nicht. Und spüren sollte das hier mit dem Trizeps. Es gibt ziemlich einen Raum, es muss auch so sein. 2, 1, Erwohlsphase. Gut. Wir machen gleich noch die andere Seite, auch wieder auf die Tür stehen. Ein bisschen Schritt nach vorne. 2, 1, noch 15, 6. 2, 1, noch 15, 6. 2, 2, 1, Erwohlsphase. Ihr werdet merken, mit dem einen Arm ist die Koordination nicht so einfach wie mit dem anderen. Nächste Übung stehen wir wieder auf das Tube. Diesmal ein bisschen breit. Wir nehmen das Tube, wir bekreuz. 2, 1, noch 14, 6. Wir kommen gleich hoch und gehen links und rechts. Und richtig an dem Tube ein bisschen ziehen und mit dem Bauch arbeiten. Und gleich hoch und gehen. Sehr gut. 2, 1, Erwohnungsphase. Gut. Dann die nächste. Jetzt sind wir auch wieder stehend. Wir machen Bicex Curl. Wir können nichts falsch machen. Wir gehen mit beiden Füssen auf die Tür. Dann können wir gerade hoch. 2, 1, noch 13, Setz. Gut. Schauen, dass wir mit dem Oberkörper gerade bleiben. Elbe bei nahe vom Körper. Wie ihr seht. 2, 1, Erwohnungsphase. Gut. Die nächste muss ich dann spicken. Genau. Wir gehen. 2, 3, Übung dieser Runde. Nachher sind wir schon in der zweiten Runde. Wir nehmen das Tube. Geht ein Bein. 2, 1, noch 12, Setz. Und stossen nach hinten. Richtig. Hintern stossen. Das andere Bein. Ist gebogen. Schauen wir gleich die Richtung ab. 2, 1, Erwohnungsphase. Gut. Gut. Wir machen gleich noch die andere Seite. Spürt sicher ein Rücken. 2, 1, noch 11, Setz. Gut. Ein wenig. Balance finden. Und in die Hände. Auch wieder eine Fügelübung. Also richtig. Hintern stossen. Gerade rücken. 2, 1, Erwohnungsphase. 2, 1, Erwohnungsphase. 2, 1, Erwohnungsphase. 2, 1, Runde. Wir fallen hier. Mit dem Rudern. Wir stehen noch drück. Auch wieder die, die strenger sind. Wir können die Breite stehen. 2, 1, Überhaupt. Mit dem Rudern. Wir legen nahe am Körper. Die Schulterblätter hinten zusammen. 2, 1, Erwohnungsphase. 2, 1, Erwohnungsphase. 2, 1, Erwohnungsphase. 2, 1, Erwohnungsphase. 3, 1, Erwohnungsphase. 2, 1, Erwohnungsphase. 2, 1, Erwohnungsphase. 2, 1, Erwohnungsphase. Noch neun, sechs, überholt. Strecken und zurückkommen. Nicht ganz zurückkommen, dass ihr immer noch Spannung habt auf dem Tube. Also nicht verhindern hoch. Zwei, eins, Erholungsphase. Gut. Oh, wir bleiben gerade da. Wir sind gar nicht. Kommt nach die Hölle. Fast gebrennt. Einbeinig, Uhr klicken. Zwei, eins, noch acht, sechs, überholt. Richtig gut drücken. Hüfte. Zwei, eins, Erholungsphase. Noch die Arme fliegt da. Noch die Arme fliegt da. Zwei, eins, Erholungsphase. Nein, zwei, eins. Wir machen alle drei Arme fliegt. Waren alle drei Arme fliegt. Säss, wir haben alle drei Arme fliegt. Zwei, eins, Erholungsphase. Wenn es hier hinten bei den Beinen brennt, ist es richtig. Dann kommen wir weiter zum Tritt. Ich bin wieder ein Teil am Boden. Mit dem anderen. Zwei, eins, noch sechs, sechs. Elbe populiert, wo er ist. Zwei, eins, noch sechs. Wir sind heute am Boden. Wir haben heute noch ein paar Machen. Wir haben heute noch einen Teil am Boden. Wir sind heute noch ein paar Machen. Wir sind heute noch ein paar Machen. Eine Machen. 2, 1, Erwohnungsphase. Wir sind gerade an der Zeit der Wächter. Häufig sind wir nicht so gewählten Tri-Test-Trainer von Brenz und Solé. So, noch links. 2, 1, noch 5, 6, Workout. Und gut. 2, 1, Erwohnungsphase. Die nächsten sind der Bauch, übergräut. 2, 1, noch 4, 6, Workout. Wir haben übergräut, können wir noch die einen typen und noch die anderen. Und, erneut ihr neu, ihr werdet nur mit dem Vorfahren. Könnt ihr euch auch mit uns auseinander. Und wenn du die Schweine strengst. Zieh. Zwei, eins, Erwohnungshase. Die nächsten sind Bizeps Curls. Wieder in der Mitte draufstehen. Ernöhe den Körper. Zwei, eins, noch drei, Setz, Workout. Halt, nice, Liebe, Curl. Alright, braun, Liebe. Zwei, eins, Erholungsfarbe. So, die letzten zwei Beihübungen nochmal sind die, die mit dem Hirn einstehen und den Hirn ausdrucken. Ich stehe immer zuerst auf dem schlechten Bein. Zwei, eins, noch zwei, sechs, workout. Richtig, den Hirn ausdrucken. Richtig, den Hirn ausdrucken. Zwei, eins, Erholungsphase. Letzte 40 Sekunden, das letzte Bein, 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 das letzte Bein. Richtig, den Hirn ausdrucken. Zwei, eins, noch ein, sechs, workout. Hier machen wir richtig schön. Ja. 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 Zwei, eins, Erholungsphase. Gut. Gut. Geschafft. Ja. Gestafft. Ich danke euch. Ich danke euch. Vielen mal fürs mitmachen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wie gesagt, das Tube kommt ihr überall rüber, sonst könnt ihr auch die Herabänder nehmen. Es gibt es in verschiedenen Stärken. Also wenn es euch irgendwann zu einfach wird, nehmen wir einfach eins, der etwas mehr Zug hat. Und ja. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Gute Zeit.